Ein weiteres Mal wagen wir uns in die düstere Welt des Slendermans. Dieses Mal in seinem neuesten Ableger mit neuer Musik, neuer Grafik. Und es trägt den Titel Prison, auf deutsch Gefängnis. Gut, diese Maps gab es gestern zum Download. So, hier sieht man schon mal die neue Grafik und es wurde am Anfang gewarnt. All 8 Fotos diesmal. Am Anfang wurde gewarnt, oh es gibt sogar hinter mir einen Weg. Sprinten sollte man nur in Notfällen, denn es wird meine maximale Geschwindigkeit vermindern, wenn man es zu oft einsetzt. Und es informiert den Slenderman, wo wir gerade sind. Deshalb nur benutzen, wenn wir gerade geopfert sind. Das coole ist, ich habe in der Mitte einen weißen Punkt. Warum legt ihr eine Taschenlampe? Kann man hüpfen? Nö, man kann einfach drüber. Ah. Okay. Hi. Ah ja, natürlich. Wie sollte es auch sonst sein? Der Weg hat mich ins Klo geführt. Na? Joro, bist du da? Oh, schade. Joro frisst gerade nicht, meine Scheiße. Okay, ähm. Entschuldigung, das musste sein. Wow, da ist noch eine Toilette. Vielleicht ist er ja da. Aber vielmehr würde mich interessieren, wie die Fotos aussehen. Und wie Slenderman aussieht. Der soll ja auch ein neues Grafikset bekommen haben. Ups, ah. Mit... Hier drinnen. Ah! Dann wird mein weißes Teil zu einer Hand. Right. Was ist, wenn ich das jetzt ausmache? Okay. Ähm. Nö, hier ist nichts. Oh Mann. Das ist ein bisschen kacke. Das ist total monoton. Ich sehe... Na. Wow! Daisha! Daisha! Okay, das sieht absolut scheiße aus. Muss man schon sagen. Wie der eiskalt da rauskam. Ist ja hinter mir. Muss einen Blick riskieren. Ne. Der ist nirgends. Ach scheiße. Ich darf ja nicht... Ich darf ja nicht rennen. Oh Mann, das macht es game aber scheiße. Hätten sie die Laufanimation schneller machen sollen. Hallo? Mann, hat sie viele Toiletten. Okay, also bis jetzt. Ich höre nicht mal Musik. Sie haben auch gesagt, neue Soundtracks. Ja, die alte... Oh, ne Küche. Warum hat's in nem Gefängnis ne Küche? Will mich hier verarschen. Da liegt was. Ach, hier ist unser Startpunkt. Stimmt. Und hey. Why the fuck höre ich keine Mucke? Aber die Fotos sind schon ein bisschen scheiße, finde ich. Die sind so ganz schwarz. So, ich hab das Sound ein bisschen lauter gemacht. Ja, okay. Mir hat so ein kleines Tropfen. Ist ja da. Ach nee, das war nur Dreck auf meinem Bildschirm. Oh Gott. Ah, los. Ne, ist auch nichts. Der läuft mir zu langsam. Und die Sprites von der Taschenlampe, die sehen auch irgendwie ein bisschen komisch aus. Soll es irgendwie eine Hand sein, die das so hebt oder was. Scheint so. Ja, ja. Aber es sieht ein bisschen komisch aus. Nur hier ist nichts. Alter, das ist schon echt ein bisschen zu... Willst du mich eigentlich gerade verarschen? So schnell! Okay. Dann werden wir halt fortan ohne Taschenlampe weiterkommen müssen. Nö. Keine Chance. Wir haben auch keine Glowsticks oder so einen ähnlichen Kack. Ich sehe nichts. Och. Ja, nee. Dann lasse mal aus, wenn sie... Oh, da ist schon. Wow. Geh mal an, Licht. Ich muss hier weg. Das hat mir kurz nur so einen Schock verpasst. Und ich so... Okay. Damit haben sie die Animation, wie er dich kriegt, also aufwendet. Da kommt nicht mehr dieses... Dong. Warngeräusch, wenn er da ist. Damit man... Weiß, da ist schon. Nö, nö. So, hier waren wir auf jeden Fall noch nicht. So, da wird es jetzt irgendwas sein. I know about that shit. Da liegt doch irgendwas. Aber es muss hier irgendwas sein. Dieser Raum ist nicht umsonst. Okay, ich schaue es dann eben eben doch. So, jetzt sind wir... So, jetzt sind wir... Sieht ein bisschen aus wie das Eingang vom Sanatorium. So, da ist Foto Nummer 3. Kommt jetzt Musik. Ja. Halbwegs. Alter, ich kann einfach nicht ohne sprinten. Ah, nee. Diesmal war's. Nicht meine Taschenlampe. Liegt da was? Natürlich, Wasser irritiert mich. Ihr Spaß. Oh, da war er. Weh, jetzt ist er weg. Nee. Ich weiß nicht, dass er mich gleich umbringt. Klasse. Wunderbar. Ich bin beeindruckt. Ich hab's gesagt. Ich konnte aber echt nichts machen. Ich hätte natürlich zurückgehen können. Aber, das ist... Ja, wo war er denn? Wo? Nurgens. Höchstensäß genau hinter mir gespawnt. Oder geportet worden, was auch immer. Naja. Also, ganz so geflasht hat mich die Map jetzt ehrlich gesagt nicht wirklich. Auch die Musik. Ich hab sie nicht gehört. Vielleicht war es zu leise und ich hör's im Video. Also, über das Musik kann ich nichts sagen. Ja, neue Grafiken. Na. Hm. Na. Nee. Nee. Nö. Mag ich nicht. Und die Slenderman. Wird immer ungruselig, finde ich. Also, bis jetzt war das Original Slender und... Mansion, glaube ich, war es das Gruseligste. Ja. Gut. Elementary war auch noch nicht schlecht. Gut, gut, gut. Also gut. Dann sehen wir uns bei der nächsten Map, wenn sie rauskommt. Bis dann und ciao. Mal. Ja.